Eier, 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 Eier. Der denkt auch, wir hören nie wieder auf zu schießen hier. Da sind zwei. Du schießt einfach, ich hau meine Eier irgendwo da drauf. Ostern ist heute früher dieses Jahr. Uh, das ist auch schon wieder. Wir heben schon wieder ab. Mit dem Ego Whitey, mit dem Lens 16 und mit dem Tombi. Wo ist es aus? Nach dem letzten epischen Sieg sind wir natürlich jetzt höchst motiviert, hier das Ding gleich nochmal nach Hause zu schaukeln. Shifty? Na komm, Shifty versuchen wir nochmal. Was? Shifty? Shifty. Shifty war gut, Shifty war gut. Na ja, mehr oder weniger, oder? Oder? War das gut? Ich weiß es nicht. Wo waren wir gerade eben? Keine Ahnung. Vergehen wir jetzt mal Shifty? Eben waren wir Fatal Fields. Jetzt sollten wir uns entscheiden. Jetzt, ich bin jetzt rausgesprungen. Okay, okay. Schaff mal schon. Schaffen wir. Schaffen wir? Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Jeden jemand behauptet gerade, dass bei der PS4 Auto Aim ist. Auto Aim ist A? Ja sicher. Ne, ist nicht. Nicht bei Fortnite zumindest. Nö, bei Battle ford ist es leicht. Beim alten war es noch mehr. Na beim alten war es extrem. Ja, das war das, wo wir direkt am Anfang alle gestorben sind. Ach echt? Nein. Das war die, wo wir gewonnen haben. Echt das war die, wo wir gewonnen haben? Echt? Ach stimmt, da bin ich danach gekommen. Ja, ja, ja. So, ich lande natürlich direkt hier beim Eingang. Das war alles so genauso geplant. Private Property. Die wollen uns hier nicht haben. Ist uns aber wurscht. So, erstmal die Waffe geholt hier. So. Schau mal hier hinten hin. Dann kann der... Er hat mich schnell darunter, wenn man sich vorwärts bewegt. Mit dem Fallschirm. Ich weiß es gar nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. So. Oh, hier ist auch schon viele schöne Sachen. Man kommt da wieder und looted. Was? Ich habe sie nicht mitgenommen. Ich habe sie nicht mitgelassen. Ich habe schon eine Waffe gehabt. Ich weiß. Das ist hier schon wieder die Vorwürfe. Oh Mann, da ist einer. Das gibt es doch nicht. Wo? Nein! Was hat der? Rennt da hin. Nein, nicht schon wieder der Len. Wieso denn immer der Len am Anfang? Wo ist der? Wo ist der? Da ist er. Wo ist der? Da unten, ja. Jawoll! Mit meiner Eingang. Hier ist noch am Michael. Noch einer? Oder? Ja, ja, einer. Ich bin auch. Wo ist der Zweite? Bravo. Zu ruhig. Zu ruhig, ja, aber richtig. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Ich glaube, das hört er nicht weiter. Befürchte, muss ich dir leider sagen. Geh mal Jens in die Häuser hier vorne rein, ja? Ja. Nicht so weit. Wenn er hier ist, dann werdet ihr das merken. Ja. Schrei einfach laut. Das machst du sowieso. Das kriegen wir hin. Was? Ich? Nee. Oh, wir sind ja mal ganz am Rand schon wieder, gell? Ich hab keine Holz zum Ba... Juhu. Ja, es war stummt. Irgendwo hier ist noch eine Kiste. Das ist beim Whitey, glaube ich, im Haus, oder? Ja, klar. Boah, da ist ja gar nichts. Ja, klar. So, ich reize das Haus ein. So, das Haus hier eingerissen. Eine Person und macht da den Dicken. Das ist schlecht. Wahrscheinlich ist er schon meilenweit weg. Du bist geflohen, sobald er uns gesehen hat. Sobald er gesehen hat, dass wir sein Kumpel erschossen haben. Wart er nicht mehr gesehen? Nein, warte nicht mehr gesehen. Brauchen wir noch jemanden Schildtränke? Ah, nee, braucht keiner. Nee, ich gerade nicht. Das sehe ich gerade selber. Ich sehe ja eure Lebensenergie da oben. Ah, habt ihr die Schüsse gehört? Nö. Nee, ich bin noch zu weit weg. Aber ich. Ich war hier vorne. Da vorne waren sie. Ja, wo denn? Oh, Alter. Definiere doch mal da vorne. Ja, auf 105. Da oben. Da oben. Auf S. 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 Oh ja. S. 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 Wo ist S? Ach, da oben. Da ist aber keiner runtergefallen, oder? Nee, der hat sich da nur gebaut. Ah, der hat sich da den Baum weggemacht. Ja, alles klar. Wir wissen, dass du da bist. Er baut sich jetzt auf da oben. Ehrlich? Ich glaube, ich meine, es ist gesehen, dass er da was... Da rechts ist einer. Ach, nee, das ist der Tombi. Nicht. Da hat er Angst. Da hat er Angst. Nix. Gesunde Vorsicht ist da. Ah, ich habe keine Materialien. Oh nein. Aber er baut sich da oben was, ja. Ich sehe das, wenn ich hüpfe, sehe ich ihn. Lass doch mal den Baubursche hier machen. Den Baubursche. Wenn Baubursche mal wieder den Tag gerettet. Wo ist er denn? Da drin ist er. Hütte! Hütte! Du hast ihn schon, oder? Ja. Ja, 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 easy. Niedergerichtet. Er hatte gar nichts. Nee. Aber mach den Sicken da auch. Meint ihr, das war der andere, den wir vorhin da verjagt haben? Wahrscheinlich. Deswegen hat er auch nichts gehabt, oder? Könnte sein. Ja. Okay, wir sind einmal gerannt. Er hatte hier oben eine goldene Kiste und trotzdem nichts. Ja. Stimmt, ja? Granaten hätte er gehabt. Ich habe ja gar nichts zum Bauen, Mensch. Das kann ich hier gar nicht so runter. Kannst du auch runterschneiden. Ja. Pflanzt dir doch ein Bäumchen. Das kann ich nicht. So schnell geht das nicht, Whitey. Nicht mal in dem Spiel. So, haben wir noch mal ein bisschen was um hier. Whitey geht schon wieder todesmutig an die nächste Stadt rein. Na klar. Ich rock den Shit. Der nächste epische Sieg steht vor der Tür, oder was? Wie oft haben wir euch schon gewonnen heute? Zwei, drei Mal? Drei Mal, ne? Drei Mal, ne? Drei Mal, ne? War gut auf jeden Fall. Läuft doch, läuft doch. Läuft auf jeden Fall, ja. Gutes Team, kann man nur sagen. Macht auch echt Spaß, muss ich an der Stelle nochmal anmerken. Ach, musst du? Muss ich, ja. Musst du das wirklich? Gut, wenn ich es nicht muss, dann ist es ja umso besser, wenn ich das nicht daran merken muss. Umso besser. Ui, Einhornmann. Einhornmann. Einhorn-Osterhase. So, Shotgun, ich benutze eh keine Shotgun. Ich mag lieber die Schnellfeuerwaffen. Ach, wo gehen wir jetzt hin? Industriegebiet, würde ich sagen, daneben an. Okay. Da sieht man auch schon irgendwas Gebautes. Wir sind Tränker und ich ach... So. Oh, der wird geballert. Wird auf euch geschossen. Ja. Bei mir, na. Komm auf dich, ich komme zu dir. Okay. Einen anderen Satz würde ich mal nicht gehört haben, hoffentlich. War das nicht gemeint. Der steht auch bei mir. Ja, ich versuche, ihn von der Seite zu erwischen. Ich versuche, ihn in die Seite zu fallen. Ja, da ist noch einer. Da sind mehrere. Hier kommt ein ganzes Team. Wir sind zu dritt. Okay. Also drei sind da. Die sind alle so ziemlich direkt vor mir. Ja, ja. Ich würde mich hier außen rumschleichen, aber jetzt würden sie mich, glaube ich, da sehen. Oh nein, oh nein, das war krass. Das... Ah, die sind da rumgegangen. Wir haben uns flankiert. Hab einen niedergestreckt zumindest. Sehr gut. Ja, der liegt da noch. Ja, befallen nur nicht tot rum. Ich bemühe mich. Der andere trifft mich nämlich zum Glück nicht. Alter, ich bin noch... Was? Was? Ich bin voll drauf auf den Typen. Da kommt er rechts. Was sehen? Da kriecht er noch. Ah, wurde ausgeschlossen. Nein! Der liegt jetzt erst mal. Was macht denn der? Was? Der eine ist salutengelaufen. Oh, da nix um. Da sind die ganz gierigen. Da sind die ganz gierigen. Ah, den einen haben wir erwischt und ist der da, der liegt, oder? Ich glaub, der ist schon wieder in Deckung. Ich hab nur ein Schuss auf Sturmgewehr. Ich hab auch nicht mehr viel Muni. Wow! Wow, 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 wow. Uncool. Äußerst uncool. Oh, 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 nein, 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 nein. Da kommt nach rechts, kommt einer. Nein! Ah, der hat fast kein Leben, der müsste eigentlich fast tot sein, der da rumläuft. Ich hab nix mehr zum Bauen, Alter, das ist ja super. Döte einen, einen, zwei, die haben ihn weg, nein. Alter, ich hab den voll viel reingeb... Gibt's doch nicht. Auto aim, ne? Auto aim. Der hat Auto aim angehabt, Auto aim, der hat auch angehabt, Mensch. Auto aim, wenn ich voll auf die drauf bin, Auto aim. Äh, wo landen wir überhaupt? Retail, bro. Retail, wo ist der? Da ist jemand krank, aber eine gute Besserung. Battlefront 2 werden wir nicht spielen, weil der Whitey und der Lenders nicht mehr spielen werden. Die haben da beide keinen Bock mehr drauf. Ich hab irgendwann mal deinstalliert, weil... Das hat mich jetzt genauso nicht mehr, auch nicht mehr so geschockt wie Battlefront 1, muss ich sagen. Das hat nicht mehr geflasht. Hey, null, wirklich null. Keine Ahnung. So. Wir sind auf einem guten Weg nach da vorne. Auf Retail Raw. Da sind schon welche. Ja, ja, da sind schon welche. Ein PSN Skin. Gott, wir sind gerade in die Riesenstadt da, oder? Wo alle hin sind. Ja, ja. Versuch mal. Zwei PSN Skins. Ja, das ist ein Team. Da sind schon zwei Teams, zwei Teams Leute. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, die sind auch schon viel. Oh nein, ich will hier weg. Ich gehe in die nächste Stadt. Ich gehe auf den Trailerpark. Da geht was. Also eine Waffe wäre ganz cool, ey. Ja, ich versuche euch dann noch irgendwie... Übrigens bei dir. Ah, okay. Da vorne hast du eine Waffe, ne? Ja. Hier liegt eine Pistole. Das ist schlecht, Alter. Hier oben liegt auch nur eine Mission. Nix hier. Hier liegt eine Kiste. Ich renne mal schnell einen weiter hier. Hier liegt eine... Ich habe eine goldene Skow und ihr... Eine lila, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen. Hier gar nichts. Das gibt es doch gar nicht. Ja, da fühle ich mich alleine. Das ist auch nicht gut. Komm, noch einen weiter. Ich versuche zu euch zu kommen. Da sind Verbände. So, ich bin auf dem Weg zu euch. Hier vorne ist einer drin. Tommy 150. Okay. Ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Ich bin auf dem Weg. Alles wird gut. Habe ich? Hast du den ja. Super. Solange ihr wild bleibt. Ich glaube, es war ganz gut, dass uns aufgeteilt haben wir für vier Leute. Da wäre es noch knapper geworden. Ist du bei mir? Ihr baut einen. Ich habe ihn zweimal getroffen. Armin down. Den haben wir, den haben wir. Hol den mal direkt. Wunderbar. Gott, ich bin viel zu weit von einem. War noch einer im Nachbarhaus. Nachbarhaus? Ja, der ist auch auf dem Dach jetzt. Oder guckt er kurz raus. Zwei Stück beide da, oder? Was? War das nur einer? Deswegen Haus. Komm mal zu euch hoch. Für mich sind zwei, die sich... Drei. Sorry, Tommy. Sorry. Äh, alles gut. Hauptsache ich lebe. Zwei sind zwei sind es. Einen habe ich. Zweiten habe ich 70 abgezogen. Der hat nicht mehr viel. Ah, eliminiert den zweiten. Nein, nein, nein. Einer bin ich eliminiert. Einer müsste noch leben. Der eine müsste noch leben. Der eine Rundersprung ist, müsste noch leben. Okay. Der muss noch leben. Der ist noch da. Pass auf Fallen auf Leute. Da läuft glaube ich draußen rum, oder? Ja. Der, wo ist der? Da ist er, der Retter, Retter hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Ab dem habe ich. Ja, da haben wir ihn. Oh, der hat das Goldenes. Am Minigun, na gut. Okay, das Haus, das ich lila markiert habe. Ja. Da sind vier drin. Vier? Ja, sind vier reingegangen. Ganze Team da drin. Okay. Danke, Len. Ah, ich lebe noch. Oh nein, oh nein, auf mich wird geschossen von irgendwo. Gar nicht von dem Team, dann. Ich weiß gar nicht, von wo das gerade kam. Versuchen wir zu euch zu kommen. Gleich wieder Action hier am Anfang. Zwei Kills gemacht. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Tommi läuft da vorne irgendwo rum. Da vorne sind sie. Oh, jo, 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 jo. Die laufen noch irgendwas anderes. Die laufen noch irgendwas anderes. Die laufen noch irgendwas anderes. Die laufen noch S, 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 S. Die läuft hier wahrscheinlich. Eine läuft nach vorne durch, an der Seite. Den habe ich gerade gesehen. Oh, Digga, gehen wir hier auf die Nüsse da hinten, Alter. Nein, ich kriege ich nicht. Nein, bleib da. Alter, wieso trefft den denn nicht? Hab nix mehr zum Bauen, Alter. Ich komm zu Sambi. Oh, nein. Der ist hier bei mir, der ist bei mir, der tötet mich. Die sind. Die laufen jetzt alles andere Haus da rein da vorne. Alter, der habe ich richtig viel abgezogen neben einem. Ja, töte mich auf Krampf, Alter. Du kriegst ja nix geschissen, Alter. Ich will gerade die Waffen auch mitnehmen sollen, die da lagen, glaube ich. Das ist keine Munition mehr. Na, da ein paar Schild hießt der eine. Oben ist auf dem Dach einer, der gleich auf mich geschossen hat. Aua. Der kommt runter, der hat Gutschaden, der hat richtig Gutschaden. Der ist fast tot, der Typ, der runtergesprungen ist. Ja, ist down. Gleich mal wegholen dann am besten. Den Waikie rechen. Oh Gott, Munition. Oh, der Sniper. 139 Schuss für die Sky jetzt. Na, jetzt kommt her. Hier war da noch einer, oder? War das nur einer? Waren zwei, oder? Oder haben wir in einer reingerannt? PSN-Skin, PSN-Skin ist hier noch. Alles klar, wir holen uns PSN-Skin. Ja, ich sag lieber die... Oh, hier sind zwei Stück noch. Einen habe ich, den zweiten habe ich auch. Schlein, Leute, schlein, Leute. Jawoll. Uuuuh. Hey, da. Aber zwei habe ich gar nicht erwischt. Einer müsste noch da sein. Der ist... Nee. Dachte, ich hätte ihn gerade im Supermarkt gesehen. So, was gibt es denn hier noch schönes? So, was nehmen wir hier noch mit? Ja, fast keine Munition hier für die ganzen Sachen. Ah, doch, da ist Munition drinne. Ja, zwei von denen waren wir nett. Ah, da hinten im Basketballkorb. Äh, beim Basketball. Im Basketballkorb, ja. Das war das Mobbing-Kind, ey. Ah, shit. So, da brauchen wir jetzt nicht hier. Ah, ja, da läuft er. So. Hä, das ist auch nur ausgenutzt? Oh mein Gott, das ist noch ein anderes Team. Oh, da kommt vom Basketball wieder welche. Ja, ich sehe es. Der eine ist ausgenutzt. Da kommt einer aufs Dach hoch, auf unser Dach. Oh, der ist richtig sauer. Nein, der hat mich. Ah, verdammt. Das war der letzte von denen, glaube ich. Ja. Aber jetzt haben wir hier noch ein Team irgendwie anscheinend. Nicht weg. Sorry, sorry, sorry. Ja, hier ist eine... Na, 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 na. In der uns, nein. PSN, ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Ah, es lief so gut. Wir hatten richtig viele Kills. Das war richtig, richtig gut eigentlich. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, das hätte so schön noch werden können. Ja, der eine, ich habe den nicht geschafft, ihm auf dem Kopf zu ziehen. Ich habe mich zwar getroffen, aber nicht genug. Der hat auch... Der konnte mit der Shotgun leider umgehen. Ah, ärgerlich. Und da geht's auch schon wieder los. Jawohl. Mittlerweile sind wir nur noch der zu zweit, der Tommy und ich. Ach. Ach. Wo gehen wir denn hin? Das ist eine gute Frage. Ich überlasse dir die Auswahl. Dann gehen wir hier nochmal nach unten hier. Nach unten geht's nach Lucky Landing. Lucky Landing. Alles klar. So, springen wir raus. So, gleich, ne? Gleich, so irgendwie irgendwo. Irgendwann. Also jetzt. Quasi jetzt. Quasi jetzt. Ah, Lucky Landing. Ah, das ist da hinten. Das ist da, wo der Baum in der Mitte ist, oder? Ja, genau. Da ist auch immer ganz schön. Wir haben ja noch ein paar andere da. Na, hoffen wir nicht. Mal gucken. So ein Team reicht ja dann. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Jetzt sind wir nur noch zweier Teams. Dann ist uns jetzt dran gewöhnt, dass man nicht immer auf vierer Teams achten muss, dass nicht immer vier gemeine Leute unterwegs sind. Ja. Leider ein bisschen zu früh. Obwohl, ist, glaube ich, momentan aber echt keiner hier gelandet, oder? Ne. Doch, da von rechts, von rechts kommen drei. Ne, zwei. Oh, okay. Ah, ja, ich sehe sie. Ich sehe sie. Ich bin leider ein bisschen zu weit. Ah, oh nein, da landet einer genau da, wo ich. Nein, da kommt zwei sind auch noch direkt bei mir. Verdammt, verdammt, verdammt. Die schießen direkt auch nicht bestimmt. Uh, das wird nicht gut. Das wird gar nicht gut. Ich glaube, er ist mal weg. Ja. Ich bin ihm gerade so noch entkommen, glaube ich. Ah, keine Waffe. Ich habe auch keine Waffe. Ich hoffe, jetzt ist hier was im Haus drin. Wenn hier nichts im... Oh, hier ist eine goldene Kiste. Ah, nur eine Kackwaffe in einer goldenen Kiste, ey. Das gibt es doch nicht. Wer macht den Kackwaffen in eine gute goldene Kiste rein? Das ist eine gute Frage. Wer ist denn so gemein? Wer macht denn sowas? Ja. Ich nicht. Ich sicher nicht. So wie, du lebst noch? Ja, noch lebe ich, aber... Keine Ahnung, wo die Gegner hier sind. So, ich habe hier eine Schrotflinte, aber ich gleich bleibt. Noch höre ich sie nicht. Oh, sogar blau ist hier. Versuch mal zu dir rüber zu kommen. Ach das, ich versuche dir entgegen zu kommen. Ah, da liegt noch ein Schilddrank. Der könnte nämlich da mal mit. Irgendwo wird gehauen. Bist du das? Nee, bist du nicht. Oh, irgendwo hier im Garten, äh, in dem Mittelding sind sie, glaube ich, drinne. Okay, dann gucken wir mal. Grad zumindest. Na, den hat jetzt ein Hit drin, aber nicht gerade viel. Okay, wo ist er drin? Ja, das sind beide. Wir haben gut, wir haben gut Schaden genommen schon. Ja, sieh, 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 oh, oh, jammer, 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 ja, super, mal weg. Da schießt aber noch ein anderer, gerade noch ein anderer irgendwo geschossen auf mich. Irgendwo draus ist es nicht gut. Meine ich zumindest, weil er kann nicht Schuss von der Seite irgendwo. Das kann doch wieder heim. Das ist sehr schlecht. Das auf Ding nehme ich mir auch gleich mit. Ja, am besten gleich nehmen. Das halte ich ja komplett. Deswegen hatte ich es auch. Vor allem, man kann es recht schnell trinken. Ah, nee, man trinkt es nicht schnell. Ups. Oh, das war aber direkt noch irgendwo einer, oder? Ehrlich, ich habe gebaut. Ach, du hast gebaut. Schock mich doch nicht so. Tut mir leid. Alles gut, alles gut. Du musst keinen kommen hier oder sehen. Okay. Nein, nein. Den habe ich nicht gesehen. Hol ihn, Tommy, hol ihn. Hol ihn. Nein, 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 nein. Ich habe sie. Du hast sie beide. Ja. Alter, Tommy, du Tier. Der eine, der sich irgendwie planlos umgedreht hat, hat gedacht, der wurde von der Seite abgeschossen, glaube ich. Gemein. Ja, das war sehr gut. Sehr gut. Ja, das war es. Hast du noch den Tag zu trinken? Ich habe ihn noch, ja. Ich war ja gerade dabei, ihn zu trinken. Ja, dann ist er eigentlich nichts verloren. Ich stand in der Ecke und war am Trinken und plötzlich warm. Plötzlich ist eskaliert. Den habe ich nicht gesehen. Er hat er richtig gut um die Ecke geschaut, kurz. Gemeine Angelegenheit. So, volle Lebensenergie. Jetzt bin ich bereit, wieder hier weiterzumachen. Ach, sehr gut. Weiter kann es gehen. Hier liegen auch noch so ein paar blaue Sachen hier draußen. Jupp, schaue ich mir gleich mal an, ob ich davon was gebrauchen kann. Ich habe acht Rollen dabei. Und ich rede nicht von Klopapier. Oh, ja, da ist einiges. Da tauschen wir doch hier direkt mal das Sturmgewehr. Ach, ne, das ist was anderes. Und da ist vielleicht auch mehr Munition drin. Tauschen wir es mal gegen das hier. So, wunderbar. Aber kann man eigentlich nicht die Munition aus den Waffen rausnehmen, die da liegen? Das ist doch irgendwie auch manchmal ein bisschen... Ja. Liegen so tolle Sachen und fünf Waffen, aber die voll sind Munition, aber die kann man nicht nehmen. Gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Mysteriös, mysteriös. Folgen wir dem Tombi einfach. Folgen wir dem Tombi. Ein bisschen müssen wir laufen, aber nicht allzu weit. Das wird schon klappen. Habe ich Lego-Ninjago als Set? Nö. Waren hier die schon Leute? Ja, wahrscheinlich. Äh, ja, doch. Die sind da am Anfang gelandet. Genau, da wollte ich nämlich eigentlich landen und dann waren da schon zwei, deswegen bin ich dann hier zu dir rübergekommen. Und in das Haus rein. War ja eine gute Entscheidung. Ja, doch. Ja, der eine da, das war Pech. Statt' ich so schön über die Ecke. Fast alles. 219 Meter hat da jemand einen Kopfschuss geschafft. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oha. Wie Lego Jurassic World Sets. Ich hab... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hab... Gute Frage. Ich hab zum wenig mal Lego Set Reviews gemacht. Die hab ich auf jeden Fall. Ich glaub, wir haben auch irgendwelche anderen irgendwo. Ich kundschaftisch mal aus, ob ich was seh da vorne, aber momentan eher nicht. Die dreht still aus hier. Das sieht aus wie Ben. Nämlich stiller. Da unten ist auch mal ne Kiste, oder? Ne. Ne, das war woanders, wo der Flüster war. Ja. Du magst Lego Ninjago überhaupt nicht. Ich find Lego Ninjago nicht ganz cool. Lego Star Wars mag ich zwar auch mehr, aber so... Allgemein find ich Lego Ninjago nicht schlecht. Das hat schon was. Ah, dieses gibt's doch nicht jetzt zweimal hier. Hm. Kann doch nicht wahr sein. Geh ich erstmal baden. Was ist denn da los? Erstmal durchs Wasser durchhüpfen. Steht mir schon wieder knietief hier drin. Schnell versuchen, dem Tombi hinterher zu kommen, das ist immer das Wichtigste. Ah ja, wenn ihr nicht Hilfe habt, wo er braucht, dann baue ich ja sowieso schnell erstmal. Dann passt das schon. Okay, okay. Na, das geht ja nicht um dich. Dass du dich verteidigen kannst, weiß ich. Es geht um mein Leben. Jawohl. Ich denke mal, hinter uns ist keiner mehr. Ich hoffe es einfach mal. Wäre jetzt sowieso blöd, wenn die von hinten abknallen. Sie leben sowieso noch mit 39. Das ist auch schon wieder relativ früh. Irgendwas habe ich hier gerade gehört, aber wo war das? Ich kann es nicht zuordnen, naja. War es ein Schuss auf dich, oder? Ne, es war eine Granate, glaube ich. Okay. Aber die war auch nicht auf mich, aber die war irgendwo hingeworfen. In die Nähe. Einfach mal random bisschen Granaten geworfen. Wir müssen durch den Fluss laufen, dann riechen sie uns nicht. Unsere Spuren fernischen. Da, 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 da sind sie. Ja, sehe. Da läuft einer raus. Jetzt geh doch mal drauf. Ja, da haben wir sie beide, siehst du mal. Aber jeder hat sich einen genommen. Ja, wunderbar. Ja, jeder hat sich einen genommen. Das ist Teamwork. Das hat doch geklappt. Brauchst du schon ein Sprungpad? Sowas nimmst du doch immer ganz gerne mal. Ja, ja. So, jetzt haben wir hier auch eine gescheitene Munition. Ja, jetzt geht's doch hier. Wunderbar, tauschen wir noch die Waffe aus. Shotgun nehmen wir uns die bessere, nehmen wir uns die grüne. Alter, hab ich jetzt Munition hier. Uiuiui. Also Munition dürfen wir so schnell nicht ausgehen. Da drinnen ist auch noch eine grüne Waffe. Ach, du bist... Ich komm nochmal. Ich hab nur ein bisschen mich umgeguckt. Das Ding wird hier aber eh kleiner. Aber das ist halt... Nee, das ist eh nur... Nee. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Ah. Nuh. 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 Aber das war auch schon wieder richtig schönes Teamwork gerade eben. Ja. Da nimmt sich einen. Hat geklappt, hat geklappt. Hat gut geklappt, ja. Next on Nights kann ich auch nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Das... Ich komm jetzt nicht mit Jedi-Rittern, aber... Da ist es nochmal was anderes. Aber so mittelalterliche Ritter mit Zukunftssachen... Weiß nicht. Kennst du das? Nee. Sagt mir gar nichts. Naja, das ist so... Da kannst du auch mit deinem Handy irgendwas einscannen und so. Okay. Damit kann ich nichts anfangen. Das ist wie damals bei Yonical, da kann ich auch nicht so viel mit anfangen. Wobei es gibt sogar ein Bionical-Spiel, das kann ich auch mal spielen irgendwann. Sogar von Traveller's Tales. Da gab es auch eine Serie zu, oder? Ja, es gab es auch eine Serie, bestimmt. Da gibt es eigentlich immer Serien zu Lego. Also nicht immer, aber oft. Aber es war auch verdammt erfolgreich. Also allgemein. Ja, ich hatte tatsächlich auch, wie ich habe irgendwie so richtig gefällt, habe ich es nie. Also ich glaube sogar, der ist aus der ersten Generation damals. Ja, ich glaube auch. Aus der ersten Generation. Ich glaube, ich hatte sogar so viele, dass ich mir da so einen komischen Mega-Bionic bauen konnte. Stimmt, die konnte man ja kombinieren, ja. Ich glaube, es habe ich mit den Kumpels mal kombiniert. Gab es da so sechs oder acht Stück insgesamt, wenn man vier hatte oder drei oder so, dann konnte man sich so einen super Typen bauen. Ich glaube, acht gab es oder so, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall einige. Da ist was bei rechts runtergegangen. Du hast gesehen, da steht das Ding, aber das hat wahrscheinlich schon jemand gelootert, oder? Äh... Ich habe nichts gesagt. Au, ja, da. Stimmt. Ist da keiner da? Kann nicht. Gefährlich. Es ist zu ruhig. Es ist zu ruhig. Aber es scheint doch, wenn es noch blaue Leute ist, ist da noch was drin oder? Ja, da ist noch was drin. Ja, da ist die Ska. Insoich. Yay, 302 Schuss mit der Ska. Wuhu. Mittlerweile habe ich 13 Verbände. So viele. Dann kann ich hier gleich eine Mumie spielen. Mumie ins Kind. Sehe ich aus wie Tombi. Naja. Irgendwas für einen Fernkampf eigentlich nicht, ne? Das ist eigentlich auch nicht so schlau, sich da hoch... Ah, besonders wenn man runterfährt, zu bauen. Weil man immer aus der relativ weiten Erfährung gesehen wird. Naja, ich gucke trotzdem mal. Guck mal kurz hoch. Alles klar. Komm mal zu dir. Tommy ist der Baumeister. Mittlerweile kann ich ja zwar auch ein bisschen bauen und ich baue manchmal auch, aber ich mache es immer noch nicht besonders gerne. So, jetzt haben wir zumindest hier die Übersicht, die können von allen Seiten abgeschossen werden. Von allen Seiten abgeschossen werden, das ist immer gut. So, hast du Sprungplattform mitgenommen? Ja, ich habe es mitgenommen. Also wir können uns ja erstmal kurz umschauen, ob wir hier irgendwas sehen. Wir müssen eh in die Richtung eher schauen, da geht es eigentlich weiter. Aber ja, gut, aber sie kommen wahrscheinlich, wenn sie kommen. Wir haben hier so wieder 17 Leben sogar nur noch. Krass. Schau mal auf die Karte, so ein relativ schnell, ne? Das ist riesig, ja. Eigentlich ist riesig. Also schon wieder irgendwo verloren gegangen auf dem Weg. Hmm. Das ist schon wieder neue Drops, da kommt so ein neuer Ballon nach vorne. Rechts. Oh, Scharfschütze. Irgendwo. Glück hat der nicht getroffen. Ja, der muss irgendwo in der Stadt sitzen, da unten. Ich glaube auch, ja. Sie nicht. Ja, der sitzt bestimmt irgendwo in der Stadt, aber der muss ja herkommen irgendwann, oder? Na ja, wohl. Na, muss nicht unbedingt. So wie wir. Der ist ja genau am Rand. Wir können ja mal hier hinten rausgehen wieder. Ja. Ob man sich da nicht gleich wieder trifft, von da unten irgendwo. Ja. Das wäre schlecht. Das ist gefährlich hier, Scharfschütze. Ach, du wirst du dem Ding gehen? So, ja, ich will eigentlich zu dem Ding gehen, ja. Ich habe auch einen Sprung plötzlich gerade. Wir sind nicht ganz in der Zone, ne? Vielleicht benutzen wir das ja mal. Doch, jetzt sind wir in der Zone. Na, komm, geh da durch. Wunder mich, dass er jetzt nicht mehr schießt, denn bis ins euch eigentlich ist. Da soll ich sehen, rechts. Zwei sind da. Oh ja, die sind ja recht nah sogar. Einer ist genockt. Andere hat den Granatwerfer da noch. Ja, ich schieße gerade auf Granatwerfer. Granatwerfer muss aber bald kommen, weil er ist außerhalb der Zone, oder? Wo ist denn Granatwerfer? Da kommt Granatwerfer rausgehüpft. Er springt, er springt. Ja, der versucht zu fliegen. Kann man sehen. Sehen noch, sehen noch, sehen noch, sehen immer noch. Ah, der ist weit weg, der ist viel zu weit weg, den kriege ich nicht mehr. Der baut sich direkt am Rand auf. Ah, wir können den ja nicht probieren. Der kommt wieder, der kommt gleich wieder. Ja, echt? Der muss wieder kommen, der steht direkt am Rand da irgendwo. Ja, lohnt es sich nochmal hier hochzubauen dafür. Eigentlich muss man nur warten, dass er herkommt wieder. Ich glaube nicht, oder? Ja, genau, da unten muss er irgendwo sein, dem Ding drin. Kann man versuchen, ihn ein bisschen abzulenken. Ein bisschen nach vorne gehen. Den hat er gar nichts, da ist ein Baum im Weg. Okay, ich versuche mal ein bisschen näher heranzukommen. Momentan sehe ich da auch nichts bei ihm. Vielleicht hat er sich auch irgendwo zur Seite verzogen. Wo treibt er sich rum? Da sei, er läuft, er läuft, er läuft an der Wand hinten. Da, wo ich gerade hingeschossen habe. Ah, du siehst ihn auch, oder? Ja, jetzt haben wir ihn. Okay, das Ding geht noch nicht zu. Das heißt, ich kann da noch schnell hingehen und gucken, was er da hatte. Ja, ich gehe mal schnell zur anderen Seite. Eigentlich wollte ich da ja den Loot Drop holen. Er hat was Goldenes. Oh, Eierwerfer. Jetzt möchte ich den doch auch mal verwenden. Das ist der Granatwerfer eigentlich. Ja, ja. Der ist halt nur Skin... Die Oster-Variante. Genau, die Oster-Variante. Haben wir gut hingekriegt anscheinend. Ja, ja. Er hat gut gelandet. Gut gekämpft. Aber ich habe noch einen erwischt, aber... Ah, hier ist es. Hier ist ein Zeug von ihm. Das war auch gut. Ich habe ihn da, glaube ich, vorhin auch so ein bisschen rausgelockt da unten vorhin. Dann konntest du ihn schön von oben erledigen. Ja, das war richtig gut. Der eine stand komplett offen für mich. So. So, jetzt ist da irgendwo dieser Drop da vorne. Der Bettler ist auch ein bisschen Schild, könnte ich brauchen. Ich habe auch noch was ein bisschen. Also die Kleinen, also bis zu 50, das kann ich dir geben. Okay. Vielleicht kommt da ja auch noch was raus hier. So, geht das gleich nochmal auf den weißen Kreis geht's jetzt, oder? Auch das, was du gerne. Minigun, ja. War da gar keiner oder was? Nee, nee, nee. Das war dieser Loot Drop. Das macht immer so ein komisches, lautes Geräusch. Ach so. Ach so, ah, okay. Das ist ein Holz, ey. So, ich will ja, ich kann in meine Waffen eintauschen. Ich mag die alle so gerne. Komm, nee, mit ihm mal. Ja, man muss die nicht unbedingt nehmen, die. Nee, 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 ich bin nicht. Ich brauche, ich wollte den Schild behalten, deswegen. Ach so, na ja, gut. Was? Nee, nee, nee. Das ging mir nicht um die Minigun. Nee, nee, die Minigun, also wenn ihr den Granatwerfer findest. Nee, 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 das wollte ich beide nicht haben, nee, aber. Ja, jetzt habe ich eh, ich habe mit zwei Waffen über 1000 Schuss jetzt insgesamt. Das soll ich da reichen. Also, Munitionsmäßig bin ich jetzt gut ausgerüstet. Mal ganz kurz hier hoch, aber ich sehe jetzt erstmal auch keinen. Ich habe auch gerade mal geguckt. Aber es ist halt noch relativ groß, das Gebiet, dafür, dass eigentlich nur noch sechs leben momentan. Also noch, da rechts links ist einer, links ist einer gehüpft. Direkt neben dem westlich, genau bei Westen ungefähr. Er ist aber Richtung Nordwesten gelaufen. Okay. Aber da war einer, den habe ich hüpfen sehen. Den hat er hüpfen sehen, den lassen wir nicht hin kommen. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch doch. Vielleicht. Ich wollte mal hinter die Hütte gehen hier. Vielleicht mich dann so vorsichtig an den Rand tasten. So wie er natürlich den Vorteil, weil er von unten nach oben schauen kann. Ich sehe ihn jetzt aber auch nicht mehr. Was ist da hin? Ich sehe auch keinen. Was ist da unten hin? Hä? Er ist weg. Er ist weg. Oh, wir sind voll in der Zone drin. Ja. Ein bisschen zur Seite gehen, oder? Ja, irgendwo da, wo wir herkamen. Ich glaube, da war ganz gut eigentlich. Da war es ganz gut, glaube ich. Doch, doch. Wenn der Tommy sagt, ah, das ist gut, dann laufe ich ihm doch einfach hinterher. Hier oben irgendwie so gut. Ah, das Sturmgewehr und Sky teilen sich die Munition. Dankeschön für den Hinweis. Dankeschön für den Hinweis. Ja, das tun sie. Oh, das war ich nochmal ein bisschen höher hier. Ups. Naja, du kommst ja nicht mehr raus. Nein, die Wände kommen immer näher. Ich werde verfolgt. Gibt's auch nicht. So. So. Mal ein bisschen rausluren hier. Ja. Oh, oh. Oh, war das zu uns? Nein, das war nur der, einer wurde erschossen, tun, glaube ich. Das ist wie bei... Da vorne ist einer. Da sind sie. Ich habe gesehen, wo sie bauen. Genau, der ist nicht da hinten bei dem Ding, da bauen sie. Ja, ich sehe es. Aber ich habe keine Waffe dafür. Ich auch nicht. Ich habe mit dem Eier... Wir können ja warten. Wir sind ja richtig gut hier in der Zone drin. Eben. Müssen alle kommen. Irgendwo es bleibt einer, aber der schießt nicht auf uns, glaube ich, oder? Mal bauen sie da 304. Da drin bauen sie rechts. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ja, das ist... Ja, doch, 304. Bei Nordwesten. Ja. Aber es ist auch ganz gut mit diesen Markierungen da oben. Das kapiere ich jetzt erst, weil man das echt gut brauchen kann. Da kannst du perfekt sein, wie die Leute immer sind. Das ist echt gut. So eine... Nee, rechts läuft einer, rechts läuft einer frei. Ja, Mist. Jetzt baut er shit. So. Eier! 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 Gibt ihr ein Eierfeuerwerk gerade? Hüpft da gerade weg wieder. Ich glaube, der ist da nicht mehr. Der läuft wieder zurück. Ich befürchte es auch fast da. Eier! Obwohl, das letzte Eier war gar nicht so schlecht. Nein! Nein! Von wo? Ah, verdammt! Sorry, Tom B. No, ist alles gut. No, ist alles gut. Das war nicht so gut, weil es ist mein... Oh. Verdammt. Sorry, Tom B. Oh, oh. Über auf uns, ja. Nein, 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 nein. Von wo? Von wo war das überhaupt? Das ist wieder irgendwo ein beschissener Sniper. Ja. Da läuft einer raus. Beim rechten Ding. Dann ist er da oben. Ja! Eliminiert. Oh, eliminiert sogar. Das heißt, weil... Von der anderen Seite sind zwei Stück. Das sind die letzten beiden. Die haben mich gut getroffen. Was? Wieso treffen wir den nicht? Ah, der war fast tot. Wenn du noch... Ja, genau, schießt da... Schießt da alles rein, Mr. Hass. Geht nicht weit genug, die Eier. Die hüpft aber ziemlich, bis ich die Eier da drin ist. Einer gerade gelaufen, oder? Ja, das sind die letzten beiden hier. Jawohl, ich habe den Eier sogar ein bisschen getroffen. Aber man muss die Eier so ein bisschen aufsetzen lassen. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja. Ah, jetzt sind die ganz am Rand, glaube ich irgendwo. Dass er da nicht stirbt. In meinem Eierfeuer, meinst du? Ja. Ich mache ihn mal ein bisschen nervös noch da. Gibt zwar ein bisschen tiefer, mal unten seinen Boden ihm weghauen unter den Füßen. Ja, so. Ja, da fällt er doch runter. Wenn das jetzt nicht mal langsam hilft, aber... Ah, da sind auch welche. Der denkt auch, wir hören nie wieder auf zu schießen hier. Da sind zwei. Du schießt einfach, ich habe meine Eier irgendwo da drauf. Ostern ist heute früher dieses Jahr. Ah, nee, irgendwie. Irgendwie funktioniert das auch nicht so mit den Eiern, wie ich mir das vorstelle hier. Jetzt habe ich auch nur noch sechs hier. Oh, jetzt schießen sie wieder auf uns. Von da unten? Ja. Aber die kommen nicht mehr an, glaube ich, ne? Oh, ja. Ja, ich habe das einfach gesehen gerade eben. So, jetzt habe ich nur noch ein Ei. Nee, drei habe ich noch. Also, das ist also mit dem Sturmgewehr wahrscheinlich treffend. Na, eine guckt da. Oh, jetzt läuft er. Ja, der eine ist genockt. Oh, das ist okay. Ich muss dann aber noch ein zu ihm kommen. Du, man, da sind näher zu kommen hier. Ich versuche ihn ganz zu erwischen. Da kommt, der kommt hoch zu dir. Er kommt hoch zu dir. Nein, Tommy. Nein, tu sowas mir doch nicht an. Sitz da und trinkt. Ja, schießt die Röhrchen. Oh, nee. Der kommt, der läuft da näher. Ja, ich sehe es. Der baut sich da jetzt so hoch. Nein, ich bin in dem Ding drinnen hier. Nein. Du musst da rauskommen. Nein, 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 da sterbe ich. Nein, das gibt es doch nicht. Wieso? Nein. Schade. Aber Zweiter. Ah, scheiße. Ah, das war knapp, ey. Das war der Allerletzte, leider. Schade, echt wirklich schade. Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes noch mal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinen Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.